Bevor ihr dieses Video schaut, empfehle ich euch, dieses Video zuerst anzuschauen, um einen gewissen Grundkontext für dieses Video zu haben. So, ich werde jetzt jeden Moment anfangen, Love Life Nijigazaki Staffel 2 zu gucken. Mal sehen, wie lange es dauert, bis da irgendjemand eine Jacke trägt. What the fuck? What the fuck? Achso, es hat übrigens 1 Minute 19 Sekunden gedauert. Wenn man jetzt ganz streng ist. 6 Sekunden. Ach, wie gut das Rida existiert, ne? Das wird mein Untergang. Oh Gott. Ja, mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Juhu. Mal gucken, wie lange es dauert, bis da die erste Winterübungsszene kommt. Minute 3, Minute 3. Auf die Sekunde genau, der erste Kapuzenpullover. Das heißt, wir haben jetzt innerhalb von den ersten 3 Minuten dieser zweiten Staffel schon 3 verschiedene Jacken gehabt. Cool. Cool. Das macht ihr ja toll. Gehen wir mal! 6 Minuten 52 Sekunden, bevor die da schon in ihren Schultrainingsjacken da stehen. Das war in der gesamten ersten Staffel nicht der Fall. Jetzt sind das hier 6 Minuten 52 Sekunden der ersten Staffel. Und das ist jetzt gerade mal der erste Frame von dieser Szene. Keine Ahnung, was jetzt passiert. Keine Ahnung. Das ist ein Höllentrip. Aber ich... Ja, ja, komm. Ich hab ja da schon. Oh! Oh Gott sei Dank. Gott sei Dank. Der eine Frame nur. Oh! Oh! Aha! Nein! So, und da sind wir jetzt an dem Ziel angekommen. 7 Minuten 3 Sekunden und man sieht Kanata in ihrer Winter-Trainingsjacke. Äh, Winter-Trainingsoutfit. 7 Minuten und 3 Sekunden. 7 Minuten und 3 Sekunden. 7 Minuten und 3 Sekunden. Von der ersten Folge. Von der ersten Folge. Von der ersten Folge. Von der ersten Folge. Hahaha. Ja. Oh, die haben schon Tablets an der Schule. Und da ist Ayumo. 7 Minuten und 9 Sekunden. Wuhu. Das sieht doch keiner aus. 7 Minuten und 9 Sekunden. Und weil es jetzt wieder eine ausgespielte Szene ist und kein so ein zeitüberspringender Frame-Time-Skip-Ding, werden wir jetzt gleich direkt die ganzen nächsten Frames sehen, womit... Oh, hey! Rina Katsu! Das erste Rina Katsu von der Staffel. Fängt ab, äh... 7 Minuten und 20 an. Also die... Wir haben noch nicht mal mehr die ersten 10 Minuten der ersten Folge rum. Und wir haben jetzt schon 7 Jacken gehabt. Plus das erste Rina Katsu. Und ihr wisst, ich bin Rina Katsu-Supporter und Shipper. In den ersten 10 Minuten haben wir jetzt schon 7 Jacken Rina Katsu-Interaktion gehabt. Und was soll jetzt noch alles passieren in dieser ersten Folge? Was kommt denn erstimmt? Es kommt ja noch Langeus Lied. Oh, Gott. Das ist eine Sache, die ich mal wenigstens weiß. Ich bleib jetzt mal besser hier stehen, ne? Die beiden... Während dieses... Das... Äh... Ist besser. Ist einfach besser. Ähm... Vorbei? Ach Gott, äh... Gut, jetzt können wir wieder gucken. So viel zu Nishigasaki Staffel 2 Episode 1. Lanju ist verdammt heiß. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.